Claudia Jung, die beliebte Schlagersängerin, die mit ihren emotionalen Liedern und ihrer einfühlsamen Art die Herzen vieler Menschen erobert hat, steht nun vor einer der schwersten Herausforderungen ihres Lebens. Im Alter von 60 Jahren hat sie eine Nachricht bestätigt, die viele ihrer Fans in tiefe Trauer versetzt hat. Eine Nachricht, die alles verändert und eine schmerzhafte Realität offenbart, die sie lange Zeit vor der Öffentlichkeit verborgen hielt. Seit Jahrzehnten steht Claudia Jung auf der Bühne und begeistert ihre Anhänger mit ihrer Musik. Ihre Lieder handeln oft von Liebe, Sehnsucht und dem Leben Themen, die sie mit viel Herz und Gefühl transportiert. Doch hinter den Kulissen, fernab des Rampenlichts, musste sie in den letzten Monaten eine bittere Wahrheit akzeptieren, die sie nun endlich mit der Welt teilt. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, aber ich weiß, dass es der richtige Moment ist, beginnt Claudia Jung das Gespräch. Ihre Stimme zittert leicht. Mein Mann und ich haben eine sehr schwere Zeit hinter uns, und ich denke, dass es an der Zeit ist, die Wahrheit zu sagen. Die Worte, die sie mit Bedacht wählt, lassen bereits erahnen, dass das, was sie offenbaren wird, tiefgreifende Auswirkungen haben wird. Claudia Jung und ihr Ehemann waren für viele ein Vorbildpaar. Ihre Beziehung, die über viele Jahre hinweg bestand, galt als gefestigt und liebevoll. Gemeinsam haben sie Höhen und Tiefen durchlebt, und es schien, als könnten sie nichts erschüttern. Doch die Wahrheit, die Claudia Jung nun ans Licht bringt, zeigt, dass selbst die stärksten Bindungen manchmal auf harte Proben gestellt werden. In den letzten Monaten haben wir eine Diagnose erhalten, die unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, erklärt Claudia Jung mit leiser, aber bestimmter Stimme. Es war ein Schock für uns beide, und wir mussten uns mit einer Realität auseinandersetzen, die wir uns nie vorgestellt hätten. Diese Realität, so stellt sich heraus, ist eine schwere Krankheit, die ihren Mann betrifft, und um ihn in den letzten Monaten stark verändert hat. Claudia Jung erzählt von den ersten Anzeichen, die sie bemerkte, und wie sie zunächst hoffte, dass es sich um etwas Vorübergehendes handeln würde. Er war müde, erschöpft und hatte Schmerzen, erinnert sie sich. Ich dachte, es wäre nur der Stress, den wir beide hatten. Aber es wurde schlimmer, und schließlich suchten wir Rat bei einem Spezialisten. Die Diagnose, die sie dann erhielten, war niederschmetternd, eine unheilbare Krankheit, die das Leben ihres Mannes von Grund auf veränderte. Die Nachricht dieser Diagnose hat nicht nur das Leben von Claudia Jung und ihrem Mann erschüttert, sondern auch das ihrer Familie und Freunde. Es ist schwer zu begreifen, dass jemand, den man liebt, so plötzlich und unerwartet schwer erkrankt, sagt sie mit Tränen in den Augen. Wir haben versucht, stark zu bleiben, aber es gibt Tage, an denen die Verzweiflung einfach überhand nimmt. Claudia Jung spricht offen über die dunklen Tage, die sie um ihr Mann in den letzten Monaten durchlebt haben. Es gab Momente, in denen wir dachten, dass wir es nicht schaffen würden, gesteht sie. Aber ich wusste, dass ich für ihn da sein muss, dass ich ihm die Unterstützung geben muss, die er braucht. Diese unerschütterliche Loyalität und Liebe, die sie ihrem Mann entgegenbringt, zeigt die tiefe Bindung, die die beiden miteinander verbindet. Die Nachricht von der Krankheit ihres Mannes hat bei vielen Fans und Kollegen von Claudia Jung Bestürzung ausgelöst. Ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas durchmachen muss, schrieb ein Firma in den sozialen Medien. Es bricht mir das Herz zu hören, dass ihr Mann so schwer erkrankt ist. Meine Gedanken sind bei ihr und ihrer Familie. Diese Worte spiegeln das Mitgefühl und die Anteilnahme wider, die Claudia Jung in dieser schweren Zeit erfährt. Doch trotz der Schwere der Situation zeigt sich Claudia Jung entschlossen, weiterzumachen und ihren Mann in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Ich werde an seiner Seite bleiben, egal was kommt, sagt sie mit fester Stimme. Wir haben uns versprochen, uns in guten und schlechten Zeiten zu lieben und zu unterstützen, und dieses Versprechen werde ich halten. Diese Entschlossenheit und Hingabe zeigen die wahre Stärke von Claudia Jung, eine Frau, die trotz aller Widrigkeiten nicht aufgibt. Auch ihr Mann äußerte sich kurz zu der Situation. Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich mit meiner Frau verbringen kann, sagte er. Sie ist mein Fels in der Brandung, und ohne sie hätte ich das alles nicht durchgestanden. Diese Worte zeigen die tiefe Dankbarkeit und Liebe, die er für Claudia Jung empfindet, eine Liebe, die ihn in dieser schweren Zeit stützt. Für Claudia Jung beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, in dem sie sich ganz auf die Pflege und Unterstützung ihres Mannes konzentrieren wird. Meine Priorität ist jetzt, für ihn da zu sein, um ihm zu helfen, so gut es geht, erklärt sie. Die Bühne und die Musik sind für mich momentan zweitrangig. Was zählt, ist die Zeit, die wir miteinander haben. Diese Worte zeigen die tiefe Verbundenheit und das Angergement, das Claudia Jung für ihren Mann empfindet. Die Offenheit von Claudia Jung hat viele Menschen inspiriert, über ihre eigenen Lebenssituationen nachzudenken. Es zeigt uns, dass wir alle mit Herausforderungen konfrontiert werden können, die wir nicht erwartet haben, schrieb ein weiterer Fun. Aber wir können sie überwinden, wenn wir die Menschen um uns herum haben, die uns lieben und unterstützen. Diese Solidarität und das Mitgefühl, das Claudia Jung von ihren Fans und Freunden erhält, geben ihr die Kraft, ihren Weg weiterzugehen. Claudia Jung ist mehr als nur eine Sängerin, sie ist eine Frau, die in einer der schwersten Zeiten ihres Lebens den Mut und die Stärke zeigt, die viele bewundern. Ihre Geschichte hat die Herzen vieler Menschen berührt und gezeigt, wie wichtig es ist, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und füreinander da zu sein. Claudia, wir stehen hinter dir, schrieb ein Firma abschließend. Du bist nicht allein in diesem Kampf. Diese Worte fassen die Gefühle vieler Menschen zusammen, die Claudia Jung für ihren Mut und ihre Hingabe bewundern. In den kommenden Wochen und Monaten wird Claudia Jung sich auf das Konzentrieren, was für sie am wichtigsten ist die Gesundheit und das Wohlbefinden ihres Mannes. Ich werde nicht aufgeben, sagte sie abschließend. Das Leben geht weiter, und ich werde alles tun, und ihm diese Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Diese Worte zeigen die tiefe Liebe und Dankbarkeit, die Claudia Jung für ihren Mann empfindet, und die Hoffnung, dass sie gemeinsam diesen schweren Weg meistern können.